Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 351, heute mit dem Rückblick auf WWE Hell in a Cell. Mein Name ist Olaf Blei, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, Hell in a Cell ist Geschichte, ist in the books, wie man so schön sagt. Drei Käfig-Schlachten haben wir gesehen. Wir haben einen neuen WWE Champion und auch ein paar ganz interessante Entwicklungen. Darüber werden wir heute natürlich sprechen. Und Kai, natürlich erstmal die Frage, wie geht's dir jetzt nach dem Event? Fühlst du dich erleuchtet von der Röte des Käfigs? Bist du noch begeistert? Bist du noch gehypt? Also ich kann's wirklich einfach nur sagen, ich hasse diesen scheißroten Käfig. Das ist ganz, ganz schrecklich. Ich hab ja mit Shaggy das Match of the Week gemacht, hier mit Usos gegen New Day. Also, dieser normale Käfig, das sieht viel, viel besser aus. Das erinnert mich immer so ein bisschen daran, kennst du diese, wie heißen die, Twizzlers oder sowas? Diese roten Schnüre, die auch so in Amerika super groß sind? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist immer so ein bisschen so ein Süßigkeiten-Ding kämpfen. Ganz, ganz schrecklich. Nimmt auch für mich viel von der Intensität des Käfigs raus, wenn du da dieses graue Ding da stehen siehst oder einfach diese, weiß ich nicht, Süßigkeiten-Baute-Gebäude. Ja, also find ich auf jeden Fall nicht so geil. Ich muss auch sagen, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn die Card kleiner geblieben wäre. Ja, da haben wir ja schon im Vorfeld ein bisschen drüber spekuliert, ob's da noch neue Matches gibt und ob da noch was dazukommt. Ich sag mal, das, was dazugekommen ist, hat man jetzt nicht wirklich gebraucht. Und auch die Kick-Off-Show, damit können wir jetzt hier gleich mal starten, ist hier noch um ein Match ergänzt worden, was ja dann, glaub ich, am, ich glaub, sogar Sonntag, im Verlauf des Sonntags, glaub ich, bekannt gegeben worden ist. Da gab's nämlich das Match um den WWE 24-7 Championship zwischen Champion R-Truth und Drew Gulak. Und ich glaube, die wichtigste Aktion, die wir hier gesehen haben, war die Aktion, als ein Drew Gulak Little Jimmy zu sich rangerufen hat, mit ihm einen geheimen Handschlag geübt hat und ihn danach weggepantet hat. Alles andere an diesem Match ist total nebensächlich, oder? Ja, das ist wirklich, ähm, also mit Little Jimmy war schon wirklich witzig, muss ich sagen. Ähm, das, das hat Spaß gemacht. Ähm, ich mag's halt auch irgendwie immer, dieses, ja, A-Truth's Childhood Hero John Cena, also, das ist so dumm, das find ich witzig, bin ich ehrlich. Und dann auch noch hier so den Five-Nuckle-Shuffle und sowas und noch AA-Versuch, so, das mag ich, aber letztendlich, ey, das, also, es macht auch keinen Sinn, den 24-7-Title, in so einem richtigen Match zu verteidigen. Ich mein, klar, das gab's ja auch beim Hardcore-Belt oder sowas, aber das hier war ja auch nichts Besonderes, es war einfach nur ein normales Match. Ja. Und, äh, also, das ist dann ja auch nichts Besonderes, weil du kannst ja eh immer um den Titel kämpfen. So, quasi ist ja jeder Number-One-Contender. Ähm, ja, also, nee, fand ich jetzt irgendwie unnötig. Also, ich sag, wie es ist, du jetzt auch einfach Elias gegen Jeff Hardy in Kick-Off-Show packen können und dann die vier anderen Matches auf der Main-Card. Ja, das seh ich ganz genau so. Da hätte man auch ganz gut mit leben können. Also, das war jetzt ein Match, das hat niemand gebraucht, das hätte genauso gut beim Main-Event, bei Raw oder sonst irgendwo stattfinden können, dass sich auch niemand drüber beklagt. Und, äh, da ist nicht viel passiert. Es war wrestlerisch durchaus okay. Am Ende, wie du schon gesagt hast, hier gewinnt dann eben, äh, eine Art Truth, dann eben mit dem Konter, bleibt weiterhin 24-7 Champion, am Ende dann Flüchteter, wie sich das gehört, aus dem Ring, die, äh, Lucha House Party hinterher. Und, ähm, natürlich muss dann Drew Gulak noch einmal ins Mikrofon sagen, hier, dein Childhood-Hero John Cena, der suckt. Naja, lassen wir mal so stehen. Ich fand, zwei Segmente fand ich aus dem Kick-Off noch bemerkenswert. Und das war zum einen die Promo von Paul Heyman mit, äh, Kayla Braxton, wenn ich mich komplett täusche. Ähm, ich mag die Art und Weise, wie man Roman Reigns aus dem Schussfeuer nimmt, so ein bisschen, dass man ihn seltener zeigt. Und stattdessen Paul Heyman dann immer vor dieser verschlossenen Tür steht und da eben dann noch mal erklärt hat, was es bedeuten würde, äh, was die Konsequenz wäre, wenn ein Roman Reigns hier seinen Titel verlieren würde. Und dann hat er eben noch mal erklärt, hier, dann wäre Roman Reigns, hätte nicht mal sein Schicksal erfüllt, wäre nicht mal der am Kopf der Tafel und so weiter und so fort. Ich mochte das ganz gern. Ich find's ganz gut, dass man Roman Reigns jetzt hier nicht ständig irgendwie sieht, sondern auch, wenn man wieder diesen Weg wählt. Wie siehst du das? Man muss ja auch sagen, es gibt ja auch in einem Paul Heyman so eine gewisse Daseinsberechtigung. Das stimmt. Weil er auch so, in den Promos, ähm, steht er ja auch viel daneben. Also es ist ja nicht wie bei Brock Lesnar, dass er da alles macht und, äh, Roman nur in der Ecke steht, sondern es ist auch häufig so, dass Roman eigentlich die Promo hält und Paul Heyman dabei ist und, also, schockiert guckt. Ja, weil Roman so böse ist. Genau. Auf jeden Fall, das war das eine. Und dann haben wir zum Abschluss der Kick-Off-Show noch den absoluten Cliffhanger gesehen, weil, Kai, also deine Vermutung hier mit dem Arbeitsvertrag von Restribution ist falsch. Die arbeiten jetzt auch samstags, äh, sonntags manchmal. Ja, aber anscheinend auch, ähm, wenn wir später zum Match kommen und zu lange des Matches ist es wirklich nur Teilzeit. Ja, also, ähm, ja, da ging es dann ja darum, Mustafa Ali. Es ist, wie es auch Leute auch, ich glaube sogar in unseren Kommentaren, äh, vorhergesagt haben, es gibt anscheinend die grandiose Fähre Retribution gegen Third Business. Das ist geil, weil da kann man nämlich richtig schön 4 gegen 4 und dann kannst du erst mal, hast du ein Programm für Monate, weil A darf gegen A, A darf gegen B, A darf gegen C, B darf gegen D und dann darf jeder mal gegen jeden kämpfen. Dann hast du noch das Gleiche mit Tag-Team-Matches, das Gleiche mit 3-Mann-Matches und dann kannst du noch 4 gegen 4 machen. Ist das nicht super? Nee, ist es absolut nicht. Ähm, aber Ali hat dann eben gesagt, hier, das ist die Challenge, MVP, du suchst dir ein Aus vom Hurt-Business und du suchst dir auch noch ein Aus vom, äh, von Retribution. Die beiden kämpfen ineinander, du kannst entscheiden und, ähm, wie wir das später gesehen haben, war es eben Bobby Lashley gegen Slapjack. Immer noch großer Fan des Namens. Alter, also, das hat mich auch echt ein bisschen fertig gemacht. Also, nicht nur der Name, auch der Auftritt an sich. Also, Create a Wrestler in jedem WWE 2K-Spiel wäre absolut stolz darauf, was, wie dieser Auftritt hier gewesen ist. Aber, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, da kommen wir gleich noch drauf. Auf jeden Fall, du hast es richtig gesagt, wir haben noch ein Match von, ähm, Retribution dann hier auf der Card gehabt, die Promo selber. Am Anfang war bla bla und dann dieses übliche, wie gesagt, einer von euch, einer von uns. Viel wichtiger war es dann, ähm, wie es dann weiterging, weil die Card hier wurde eröffnet, die Main Card natürlich, von dem, ähm, Match um die WWE Universal Championship zwischen, ähm, Roman Reigns und Jey Uso. Das war natürlich ein Hell in a Cell, I Quit Match. Und da haben wir ja schon so ein bisschen damit geliebäugelt, dass das eigentlich ein Main Event sein könnte. Dass das jetzt hier der Opener ist, das war schon überraschend, oder? Ja, ich muss ja sagen, ich hab ja nicht mal geliebäugelt. Ich hab ja mit relativ großer Fresse gesagt, das ist Main Event, Punkt. Und, ja, war es nicht. War das genau Gegenteil, war der Opener. Es hätte auch meiner Meinung nach definitiv das Main Event sein können, sein sollen. Ja. Aber ich konnte, also, also, es hat mich auf jeden Fall direkt extrem reingeholt ins Event. Genau, das ist natürlich immer die große, äh, Stärke von so einem Match, wenn du das quasi als Opener benutzt. Da ist direkt eine Ernsthaftigkeit drin, da ist direkt eine Bedeutung drin. Und die beiden haben ja auch schon bei Clash of Champions bewiesen, dass die eine starke Geschichte erzählen können. Und das eben auch mit Härte und Intensität nochmal demonstrieren können. Das haben sie hier auch wieder getan. Es war ein anderes Match, obwohl es dann doch irgendwie gleich gewesen ist irgendwo, oder? Wie hast du hier das Match gesehen? Das war eigentlich die letzten Minuten von Clash of eine halbe Stunde gestreckt. Weil es war ja alles sehr langsam, aber ja natürlich gewollt langsam. Es gab immer so eine dicke Aktion, außer wenn man irgendwie Jey Uso versucht hat, ein bisschen was zu zeigen. Aber man hat ja auch gemerkt, ich glaub so, nach den ersten zwei Minuten oder drei Minuten, wo ein Roman ein paar Schläge gesetzt hat, war ja schon Jey Uso auch in dem Motto, dass er sich sehr langsam bewegt, dass er extrem angeschlagen ist. Also es war ja sehr, sehr wenig Wrestling an sich, sondern wieder eigentlich Großteil Storytelling, so wie wir es ja auch erwartet haben. Genau. Zum einen, was ich nochmal hier betonen möchte, was mir aufgefallen ist, hast du gesehen, dass Roman jetzt einen goldenen Handschuh trägt an dem Arm, wo er den Superman Punch... Jo, der ist richtig, richtig hässlich und passt absolut gar nicht. Und da ist auch noch diese dumme Silhouette drauf, wo es aussieht, als würde es so ein siebenjähriges Mädchen Superman Punch machen. Das ist richtig hässlich. Ich fand's aber ganz interessant so als Kontrast quasi zu dem Rest der Figur irgendwo und das ist mir ja dann gleich zu Beginn aufgefallen. Ansonsten, was du gesagt hast, ist absolut richtig. Wir haben hier sehr viel Gerede wieder. Das ist generell was, was man ja hier im gesamten Event wieder häufig eingesetzt hat, dass man die Wrestler sehr oft hat Reden hören. Und auch bei Becky zum Beispiel und, äh, Quatsch, bei Becky, bei Bayley und Sascha ist mir jetzt zum Beispiel sehr, sehr deutlich aufgefallen, dass da auch oft miteinander geredet worden ist. Genauso wie hier. Hier hat man in der Anfangsphase ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Roman natürlich dominiert und Jay immer wieder mit seiner Schnelligkeit, vor allem mit den Dives nach draußen und sowas, da konnte er dann immer wieder die Konter setzen. Und du hast es ganz richtig gesagt. Du hast gesagt, es war wenig Wrestling. Ich fand, es war sehr minimalistisch in der Fülle der Aktionen, weil ein Roman Reigns hat eigentlich immer, wenn Not am Mann gewesen ist, gab's halt den fetten Spear, der dann einen Jay hier aus dem, äh, ja, aus dem Konzept gebracht hat, erst mal wieder auf den Boden gebracht hat und der musste dann erst mal gucken, wie kommt er daraus wieder zurück und wie schafft er es wieder, diesen übermächtigen Roman Reigns dann, ähm, ja, irgendwie Paroli zu bieten. Und das fand ich dann sehr interessant. Ich mochte dieses Hin und Her, was wir hier gehabt haben. Und ich muss auch sagen, die Art und Weise, wie ein Roman Reigns das hier dann eben auch verkauft hat, ähm, das Ganze drumherum, das hat mir auch gut gefallen. Die Intensität war da. Was sagst du dazu, dass man hier dann noch den Strat mit reingebracht hat? Oh, den fand ich so asozial, ne? Also, ähm, jeder Schlag, weil ich, ich saß wirklich so, oh, ah, bitte nicht vorm Fernseher, weil du wirklich, also auch bei einem Roman, der, so sehr emotionslos, außer am Ende, das Ganze runter spielt, hast du wirklich gemerkt, ey, fuck, das tut richtig weh, das Ding, ähm, und wie dann da auch draufgezimmert wurde, auch bei einem Jay Uso, du hast wirklich auch teilweise gesehen, wie so versucht wird, sich so ein bisschen so zu positionieren, dass der Strap nicht perfekt trifft oder sowas, ähm, also der hat richtig gut ins Match gepasst, aber ich glaub, das ist so ein fieses, fieses Ding. Ja, ganz böse. Ja, ich hab da, also es war ja dann irgendwann fast so eine Art Strap-Match, ne? Also, die waren ja dann beide auch aneinander gefesselt und ich hab das fast so ein bisschen als, als Allegorie gesehen, ne? Die beiden haben ja eine Verbindung zueinander und die gehören ja irgendwie zueinander und dieses Band stellt das dann halt irgendwie da und sie verschlagen sich aber damit. Das fand ich irgendwie ganz, eine ganz spannende Geschichte, wie man das hier, ähm, dann gezeigt hat und vor allem auch, wie dann auch ein Jay Uso diesen Strap ja dann auch sehr, sehr ruchlos verwendet hat, um hier einen Roman einfach mal zu würgen und fast, äh, ohnmächtig zu würgen. Ähm, da hat man auch gedacht fast so, ach, gibt's hier doch eine Überraschung, oder? Nee. Schade. Eigentlich nicht. Ich hab gedacht, du hättest das gedacht in deinem, in deiner kindlichen Naivität. Ja, nee. Also, ich hab mir eher gedacht, Junge, dann zieh doch auch durch und zieh nicht und hör dann wieder auf. Also, das hat mich so, also, ich fand den Spot eigentlich super geil, weil der richtig brutal aussah und auch so dann gezeigt hat, Jay Uso ist irgendwie nicht nur ganz halt am Labern und sagt, ja, ich, ich mach alles, um zu gewinnen, sondern da hast du auch gemerkt, okay, der macht halt wirklich alles, um zu gewinnen. So, der wirkt dann auch einfach immer ganz brutal und wie er dann auch immer so nachjustiert hat, dass auch der Strap schön auch um den Hals ist, wo ich mir dachte, Mann, das ist schon, Respekt, Jay. Aber ich fand's dann irgendwie immer komisch, dass dann irgendwann losgelassen wurde, wo du gemeint hast, ja, der ist jetzt irgendwie ohnmächtig. Und dann lässt er irgendwie los und dann wirkt er nochmal und dann lässt er wieder los. Also, ich fand's so inkonsequent. Davor hat Jay ja auch noch den Superman-Punch hier gekontert quasi mithilfe dieses Straps. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, waren wirklich diese großen Momente, wo man dann gefragt hat, I quit. Also, klar, als Roman hier in dem Choke gewesen ist, ja, gab's. Andererseits, es spricht sich auch schlecht, wenn du eine Schlinge um den Hals hast. Genauso wie die Guillotine-Choke. Das fand ich zwar irgendwie in der Dramaturgie irgendwo logisch, aber mir haben so diese klassischen Momente gefehlt, wo dann auch wirklich jemand quasi den Kopf frei hatte irgendwo, dass er dann, dass dann dieses I quit rauskommen konnte. Was halt ganz cool war, war ja, wo dann irgendwie der Ref Roman gefragt hat und er so meinte, ja, the head of the table never quits. Und ich war dann so, okay, klare Ansage, würde ich mal sagen. Und damit beginnen wir uns ja dann schon langsam so in Richtung Schlussphase hier. Und da ist ja auch dann Roman Reigns immer aggressiver geworden und hat ja dann auch die Ringtreppe zum Einsatz gebracht hier. Erstmal gab's ja diesen normalen Drive-By-Dropkick und dann wurde ja diese Ringtreppe verwendet, hat dann ein Jey Uso da nah an dem Ringpfosten positioniert und dann gab's den Dropkick gegen die Treppe und dann wurde ein Jey Uso hier ein bisschen gesandwiched und er hat immer noch nicht aufgegeben, aber der Referee wollte das Match abbrechen. Und wir müssen mal ganz kurz erwähnen, dass vorher irgendwann der Punkt kam, wo mir der Ref ein bisschen, nee, nicht ein bisschen, unnormal auf den Sack gegangen ist, weil wirklich die ganze Zeit war, er hing bei Jey Uso und sagt, komm, jetzt gib auf, jetzt gib doch auf, gibst du auf jetzt? Jetzt sag einfach, dass du aufgibst. Gib doch einfach mal auf. Sag, dass du aufgibst. Also, Jey, gibst du jetzt auf? Das wurde sehr, sehr, sehr viel gefragt von dem Ref. Wo ich mir denke, so, Mann, lass den Jungen doch mal, der sagt das schon, wenn er das möchte. Und also, wirklich, wenn du da mal drauf achtest, weil irgendwann, weil es passiert die ganze Zeit und dann nimmst du es wahr und dann fällt dir auf, Mann, der fragt eigentlich, also, der fragt nicht, der drängt gerade Jey Uso dazu, ein Quid zu sagen. So, lass doch, der versucht ja gerade irgendwie, geht um Familie und Ehre und den Titel, jetzt lass den doch mal. Ja, Moment, aber, aber da muss ich auch mal was einwerfen hier, weil natürlich danach konnte er nicht mehr sagen, dass er aufgeben möchte. Also, vielleicht hat ja der Ref auch den Instinkt eines guten Ringrichters gehabt und hat versucht, ihn hier vor Schlimmerem zu bewahren und hat dann irgendwie gehofft, ihn auch damit zu schützen. Das ist nämlich seine Aufgabe. Natürlich seine Aufgabe. Die Gesundheit der Athleten steht absolut im Vordergrund. Ja, aber nicht im Hell in a Cell, I quit, Mensch. Also, weil, ich hatte halt ganz kurz die Angst, dass es so ein Seth Rollins gegen Fiend Scheiß wird. Ja, das hatten, glaube ich, viele, das habe ich auch diverse Male irgendwie in den Kommentaren gelesen, dass sich da einige drüber Sorgen gemacht haben, dass das in diese Richtung gehen könnte. Das war es aber nicht, weil im Endeffekt war es ja dann so, dass der Referee eigentlich den Kampf abbrechen sollte. Und Roman hat gesagt, hey, hier wird nicht abgebrochen. Also, das ist nicht die Regel hier. Hier muss ich quit sagen und ich muss hier der Tribal Chief sein. Und ja, dann hat er ihn ja erst mal rausgeworfen im hohen Bogen und dann kam ein neuer Referee raus. Und auch da wieder die Art und Weise, wie Roman hier geredet hat, wo dann auch der Ref zu ihm gesagt hat, so, ja, hier, der ist out, der ist out. Und dann sagst du, Roman, nein, nein, er ist nicht aus, du bist raus und wirft ihn dann über das oberste Seil. Ich hätte ihn auch richtig asozial so im Nacken gepackt. Ja. Das mochte ich sehr, weil ich mir gedacht habe, hast du jetzt davon, dass du hier Jade zu irgendwas drängen willst, was er gar nicht möchte. Genau, da kam ja dieser Outside-Referee, kam dann eben dazu, nachdem der andere ja rausgeworfen worden ist. Es kamen auch ein paar Offizielle zum Ring und, ja, dann Roman Reigns holt sich dann die Leiter, äh, die Leiter, die Stufen hier in den Ring. Schafft's beim ersten Mal nicht. Das stimmt. Aber ich fand das, das hat auch irgendwie ganz gut gepasst. Also auch diese, ähm, Ruchlosigkeit, die hat's da ganz gut demonstriert hier auch. Dass er dann gesagt hat, komm, scheiß drauf, dann werfe ich's halt nochmal richtig oben drüber, ne, weil ich's kann. Und generell mag ich diesen neuen Roman Reigns, weil der sich so viel Zeit mit allem lässt. Also, da hat, die Bewegungen haben irgendwie eine Bedeutung, die haben irgendwo einen Sinn. Und es ist viel, viel ruhiger und angenehmer, ihm zuzuschauen, weil er so berechnet. Er lässt sich halt in guter Art und Weise Zeit, ne? Ja. Also, wirklich mit Kalkül. Das war ja auch, ähm, wo dann kurz bevor er den Ref rausgeworfen hat, der hat ja quasi manisch so ins Nichts geredet. Ja. Also, er hat dann ja in Richtung Ref geredet, aber eigentlich so in die Weite geschaut. Und dann so, so als wird er, so manchmal als wird er mit sich so selber diskutieren oder selber das erklären, was er grad macht. Also, das, das find ich richtig gut immer. Mochte ich auch. Also, generell, das ist auch hier genauso wie das erste Match der beiden, weil das gab's auch als Kritik, weil wir waren ja auch sehr begeistert von dem Match bei Clash of Champions beide und haben gesagt, das war, hat uns mitgenommen, das war eine emotionale Achterbahnfahrt und so weiter und so fort. Ähm, haben wir auch gehört von, von einigen von euch da draußen, ey, das war aber doch kein geiles Match an sich. Und ich sag's nochmal, Wrestling ist mehr als nur 30 krasse Aktionen. Wrestling kann auch geile Geschichten erzählen. Und das hier ist genau dasselbe Ding gewesen. Ich find, da war Spannung drin. Ähm, die Aktionen an sich waren nicht großartig besonders, aber die Art und Weise, wie sie eingesetzt worden sind, um eine Geschichte zu erzählen, die waren besonders. Jetzt kommen wir hier zu dem entscheidenden Punkt. Ähm, Roman, nachdem er dann im zweiten Versuch die Treppe in den Ring geworfen hat, die ganzen Offiziellen aufgescheucht hat, ähm, schnappt sich die Treppe und erstmal gibt's hier so ein bisschen diesen Trash-Talk. Auf der Treppe. Und dann droht er ja damit, ähm, dem guten Jey Uso hier, ich weiß nicht, ihn zum Brei zu schlagen mit der Treppe. Er hebt die Treppe über den, äh, Kopf und dann kommt ja, äh, Jimmy zum Ring, ne, der, der Bruder und wirft sich dann über seinen, ähm, Zwillingsbruder hier, um ihn zu schützen und redet dann ja auch auf Roman ein. So, und Roman reagiert sehr, sehr emotional. Er weint und, äh, versteht plötzlich anscheinend, es ist Familie und so. Wie fandest du das? Unnötig. Also, ich hab das, ich glaub, es gibt da nur so zwei Extreme. Also, ich hab halt auch sehr viel gelesen, dass so Leute richtig gut fanden, dass das genau gepasst hat, geiles Acting und so was. Weil er ja auch, also, was ich halt mochte, war, dass dann, glaub ich, Jimmy gesagt hat, so, ja, ey, hier liegt Josh, richtiger Name von Jey Uso. So, was ist mit dir? Jetzt beruhig dich mal. Ähm, ähm, und dann halt Roman in diesem Moment hat er gedacht, so, jo, kacke, so, was mach ich hier grad? Ähm, das mit dem Heulen hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also, jetzt nicht, weil ich sage so, oh, das ist aber unmännlich, so, ey, ist ja egal. Ähm, ich fand, das war ein bisschen over the top. Ja. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, wie ich das fand. Also, ich fand's irgendwie in dem Moment, ähm, hat's ein bisschen Intensität unterstrichen, auch grad dieser, 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 dieser Ausbruch quasi aus den Charakteren. Er hat ja auch gesagt, hey, guck mal, wir sind hier, äh, wir sind John und Josh, ne, wir sind deine Familie und, ähm, du hast dich verändert. Und Roman sagt, ey, ich, ich musste mich verändern. Ich musste mich verändern, weil es das Richtige für unsere Familie gewesen ist. Ich mag das in der Art und Weise, wie man hier damit gespielt hat. War's ein bisschen Trüpper? Ja. War's vielleicht Overacting? Ja. Es, es, ich, ich glaube, das, das ist sehr subjektiv, wie man das wahrnimmt. Ich fand's auch, in dem Moment hat's mich auch eher ein bisschen rausgebracht, tatsächlich. Ähm, hat aber vielleicht dafür gesorgt, dass, ähm, ich auch in dem Moment sehen wollte, wie geht's denn jetzt weiter? Und, äh, dann hat man ... Das ist es nämlich, also, äh, das, äh, das, äh, da habe ich aber noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, so ein bisschen. Und was ich bei dem Match die ganze Zeit hatte, obwohl es ein langes Match war, und wrestlerisch kein gutes Match, also, du weißt, was ich meine. Es ist eben nicht dieses, weiß ich nicht, 30 Moves, krass, 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 sondern sehr langsam, storylastig, dass man jetzt mit keinem gutes Wrestling-Match, du weißt, was ich meine. Die Leute, die zuhören, wissen, was ich meine. Ähm, ich war aber zu keinem Punkt, dass ich mir so gedacht hab, ja, jetzt, man, mach fertig, ist mir egal. Sondern ich war halt schon die ganze Zeit gespannt, was passiert jetzt, was passiert jetzt, wie geht's weiter? Und, ähm, das über 30 Minuten schaffen, ist halt schon eine Leistung. Ja. Bin ich komplett bei dir. Ich fand das eben auch, ähm, es war so ein Match, dass da, da wollte man dann auch nicht irgendwie, ähm, ich sag mal so, wenn man vorspulen würde, weil man keine Review macht, weil man sagt, ey, ich muss jetzt schnell durch. Ähm, hier würdest du wirklich was verpassen. Und das ist wirklich was Interessantes. Absolut. Nicht die großen Aktionen würdest du verpassen, sondern du würdest vielleicht so einen Moment verpassen, wo vielleicht so eine kleine Nuance noch irgendwie in der Geschichte miterzählt wird. Ähm, und das ist hier gewesen. Und ich mochte beispielsweise diesen Moment, wo dann erstmal Roman kniete dann ja da und hatte die Hände irgendwie im Schoß und hat geweint. Und du konntest ja dann auch bei Roman im Gesicht sehen, wie sich dann auf einmal sein Blick verändert hat. Und wo er dann Jimmy an sich ranzieht und ihn dann in die, äh, in die Guillotine nimmt. Und wie verzweifelt dann auch ein Jimmy Uso in dem Augenblick ist und, äh, äh, versucht sich zu wehren und so greift zu seinem immer noch ausgenockten Bruder so, hilf mir, hilf mir, du werd wach, werd wach. Das war schon ein richtig gutes Drama. Ich kann's nicht anders sagen. Es war ein richtig gutes Drama. Und dann war es eben ein Jey Uso, der hier im Halbdelirium dann doch, äh, gerufen hat, ne, ja, ich geb auf, I quit, um seinen Bruder hier zu retten und vor weiterem Schaden zu bewahren, weil der ist ja auch immer noch verletzt. Ich fand das, ich fand das gut. Ich fand das gut. Und ich find's eine schöne Abwechslung zu vielen anderen, äh, Matches, die man, äh, auch bei WWE sieht, äh, auch bei anderen Promotions sieht, dass man hier wirklich so ein storylastiges Match macht. Das ist sehr, sehr oldschooliges Storytelling, ähm, von der Familien-Underdog-Geschichte miteinander kombiniert. Finde ich geil. Also, ich hab da richtig Spaß dran und, äh, war mit dem Match hier als Opener zufrieden und hab gedacht, Mensch, wenn das jetzt so weitergeht, wenn jetzt der, äh, gute Randy Orton und Drew McIntyre ja auch noch so abliefern, dann geh ich sehr, sehr glücklich aus diesem Hell in a Cell Pay-Per-View raus. Ähm, wie fandest du das, dass hier am Ende noch, äh, Affa und Zika auf der Rampe gestanden haben und sozusagen eine Roman Reigns hier offiziell zum, äh, Head of the Table, zum Tribal Chief und ich weiß nicht, was alles gekrönt haben? Ja, also, war da, hat in die Story gepasst. Hätte ich, also, hätte man, so, ja, ist ganz schön, die zu sehen. Man sagt so, jo, guck mal, jetzt, äh, ist er es ja, aber, er war es ja anscheinend eigentlich schon vorher. Also, weißt du? So, warum? Ja, keine Ahnung. Ähm, ich find's aber trotzdem irgendwie wieder erstaunlich, dass ja, obwohl Roman so dominant ist, ja, bei den Matches nicht wirklich gewonnen gewonnen hat. Mhm. Du meinst clean gewonnen, so in dem Sinne, ohne Trickserei oder so. Ja, genau, also, ohne irgendwie, es war ja immer Jey Uso beteiligt an der Niederlage. Ach, es war ja immer Jimmy an der Niederlage von Jey beteiligt. Ja. Ja, und jetzt sind ja, äh, also, Jey ist jetzt auf jeden Fall der Sklave, um's mal so zu sagen, der Handlanger, der Bedienstete eines Roman Reigns. Ich geh davon aus, dass man den Jimmy hier auch noch mit einbinden wird. Auch da, man lässt sich da sehr viel Spielraum. Ob das jetzt wirklich dann die Samoanische Heal-Fraktion werden wird, die, äh, so oft gemunkelt worden ist, ob die beiden dann, also die Usos dann Stockholm-Syndrom bekommen und sich doch dem, äh, Roman hier anschließen, werden wir sehen. Der, ähm, Bayovari hat uns bei YouTube noch was Spannendes hier geschrieben zu dem Roman Reigns-Charakter. Schreibt er hier zum Roman-Charakter, ähm, schaut mal bei Wikipedia, Far, Apostroph, äh, Amatai nach. Ähm, die ganze Tribal-Chief-Matai-Sache äh, verstehen wir als Nicht-Samoaner wohl nicht. Ähm, zu den wichtigsten Aufgaben gehören unter anderem die Sorge für den Wohlstand und das Wohlbefinden der Großfamilie. Das System ist bis heute noch sehr wichtig. Zum Beispiel durften bis 1990 in Samoa nur Chiefs wählen. Und selbst heute dürfen nur Chiefs überhaupt gewählt werden. Und, ähm, ja, deshalb schreibt er hier eben auch, deshalb findet er die, ähm, Rolle und die Promos von Roman, äh, sehr stark und glaubhaft. Befürchtet aber auch, dass, ähm, diese ganze Geschichte dann mit anderen Gegnern etwas schwieriger werden würde. Aber genau deswegen mochte ich übrigens auch diese quasi Fackelübergabe von, äh, äh, Seeker und Affer zu Roman Reigns, diese offizielle Krönung, mochte ich dann zum Abschluss. Und das war ein starker Einstieg in die Karte. Oder wie siehst du das? Ja, also ich hab mir das übrigens auch durchgelesen, diesen, also das ist ein super kurzer Wikipedia-Artikel übrigens. Ja. Das sind irgendwie, also den liest du in einer Minute durch. Ähm, aber ja, klar macht das irgendwie Sinn in dem Rahmen. Aber unsere Kritik war ja auch, dass sich da sehr darauf konzentriert wird, jetzt in dem Sinn. Ähm, macht die, also, es macht ja auch in der Storyline Sinn. Nur unsere Kritik war ja auch, ja, was machst du, wenn's dann irgendwie weitergeht mit anderen Gegnern? Und dass es trotzdem sehr mit der Brechstange ist. Also, geht ja nicht darum, dass wir gesagt haben, oh, das ist alles Quatsch, was die machen, das denken die sich aus. Sondern es war eher so, es ist sehr extrem dargestellt. Ja. Die ganze Zeit. So dieses, ditt, ditt, sag das, ich bin das, ich bin so, so acknowledge me. Die, auch wenn's so ist, muss man's vielleicht trotzdem als Stilmittel anders verwenden. Müssen wir natürlich auch mal schauen, ne? Dieser Roman Reigns-Charakter ist ja noch relativ frisch, die Art und Weise, wie er sich präsentiert. Der wird sich auch noch verändern. Der wird auch noch wachsen und wird in eine andere Richtung gehen im Verlauf der Zeit. Für den Anfang find ich das echt eine super Fede, weil, du musst dir mal überlegen, was haben wir schon in letzter Zeit für Heel-Turns gesehen, die dann im Nichts versackt sind? Oder die absolut null und nichtig einfach von der Persönlichkeit gewesen sind. So nach dem Motto, ich bin jetzt böse, so. Du meinst, so wie einen, den wir gleich noch auf der Kart haben werden? Ja, zum Beispiel. Genau. Da werden wir mal sehen, wie sich das da weiterentwickelt. Aber kommen wir doch ruhig mal zum nächsten Match. Auf jeden Fall, hier können wir schon mal sagen, echt starker Opener auf der Karte. Ein sehr, sehr gutes Storyline-Match, was wir hier gesehen haben. Im nächsten Kampf des Abends standen sich Jeff Hardy ... Also, man muss mal ganz kurz klarstellen, sorry. Also, das ist wirklich mit eines der besten Storytellings der letzten Jahre, ne? Also, das ist eine Sache, die wir super oft kritisiert haben und haben gesagt, WWE kann nur Pipi Kaka scheiße schreiben und ganz, ganz gute Storys. Das ist ... Also, das ist ganz, ganz oben, diese Story, in den letzten mehreren Jahren. Also, das ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und das hätte ich der WWE nicht zugetraut. Und viele nicht, wenn du mal so die Meinung im Internet guckst. Weil viele sagen, ey, das ist das geile Storytelling. So klar, darauf muss man Bock haben, darauf muss man sich einlassen. Es wird auch sicherlich Leute geben, die sagen, ey, find ich komplett kacke, holt mich gar nicht ab. Das gibt's immer, ist ja alles subjektiv. Aber man muss trotzdem anerkennen, dass das echt gutes Storytelling ist. Ja. Und ist für mich auch aktuell ein absoluter Draw für die Shows. Also, ich will wissen, wie das da weitergeht. Das ist einfach so. Absolut. Absolut. Und das ist einer der wenigen Fäden, bei denen mir das wirklich so geht. Das muss ich auch dazu sagen. Weil da ist auch vieles dabei, was mich nicht so interessiert. Und da können wir dann auch wirklich jetzt den Bogen schlagen zum Match zwischen Elias und Jeff Hardy. Elias macht sein Entrance. Es gibt wie immer erst mal ein Ständchen. Da wird auch sich ein bisschen über Jeff Hardy lustig gemacht. Und ansonsten ist das hier ein Match, das hätte ich auf der Maincard nicht gebraucht. Das ist genau das Match gewesen, was wir uns hier irgendwie erwartet, beziehungsweise befürchtet haben. Jeff Hardy mit seiner typischen Offenzen. Elias, der auch da hier so ein bisschen die harten Aktionen, ein bisschen Intensität hat vermissen lassen, wie wir es schon immer gesagt haben. Es gab eine schöne Powerbomb. Die hat mir gut gefallen. Ja, schön war sie nicht. Ja, die war ein bisschen unsauber. Aber sie war zumindest mal krachend. Aber ansonsten fand ich, war das alles so ein Match. Das konntest du dir eben anschauen. Und das war nur Weekly-Niveau. Mehr nicht. Ey, das war einfach ... Also, ich bin mal ganz ehrlich, das Match hättest du so, gerade auch mit dem Finish, einfach in eine Hausshow packen können. Ja. Also ... Also, ist schon nicht gut. Also, ja, das ist alles okay, aber das ist halt kein Pay-Per-View-Match, nicht ansatzweise. Überhaupt nicht. Und so hat es sich auch nicht angefühlt, zu keinem Zeitpunkt. Da war keine Intensität drin. Da war auch keine großartige Geschichte drin. Am Ende flüchtet ja dann einen ... Es gibt erst mal dieses ... Elias? Ja, ja, Elias, aber es gab ja auch diesen angedeutet Swanton aufs Apron quasi, wo dann ja ein Elias entkommt, nach draußen geht. Wo ich mir auch gedacht hab, ey, bitte spring die nicht. Ja. Und im Endeffekt hat Elias dann ja die ... sich die Gitarre geschnappt. Hardy kickt ihm dann ja in den Magen, schnappt sich die Gitarre selbst und zieht die ihm über. Ja. Sieben Minuten, 51. Weekly-Match ist noch freundlich ausgedrückt. Ich fand's echt langweilig. Das war ein Pinkelpausen-Match. Absolut. Ich glaub, da müssen wir gar nicht viel drüber reden, oder? Weil da ist so ... Nee, das war auch einfach scheißegal. Es war ... Auch ein Jeff Hardy hat halt so sein Programm runtergespult irgendwo. Und da war halt nichts Geiles. Und wir haben auch bei Elias, haben wir beim letzten Mal schon gesagt, eigentlich bringt er so vieles mit, aber die Matches sind halt nie besonders gut. Und das hier passt dazu. Auch so, weißt du, auch so ein Whisper in the Wind sieht immer schlechter aus. Es ist immer so wie so ein Sack Kartoffelnlinnen so vom Top-Robe-Wirfs. Also, ey, wissen ja auch die Hörer so, ich lieb halt Jeff Hardy. Ich find den richtig toll eigentlich. Aber das ist ... Also, das geht so nicht ... Das kann man so nicht weitermachen. Ja, vor allem, man hat natürlich dann auch den Vergleich zu anderen jüngeren Akteuren, die man auch hier bei WWE zum Beispiel im Roster hat. Und selbst andere Akteure, die hier im ähnlichen Alter sind wie ein Jeff Hardy, sind da von ihren Bewegungen her einfach besser und crisper und dynamischer. Und da fehlt einfach unglaublich viel. Und wenn diese emotionale Verbindung zum Jeff Hardy nicht bei vielen noch so groß wäre, da würde halt eben kein Hahn mehr nachkriegen. Und das Match hier, gut, Elias hat gewonnen per DQ. Yay. Also, das war vielleicht höchstwahrscheinlich auf der Card, um das Album zu promoten, ne? Ja, das stimmt. Gut. Kommen wir zum nächsten Match. Kommen wir zum Heartbreaker. Genau. Da ging es natürlich dann um den WWE Money in the Bank Koffer. The Miz trifft auf Otis. Auch hier ein recht kurzes Match mit etwas an die siebeneinhalb Minuten. Auch kein besonders spannendes, geiles Match, irgendwie wrestlerisch, um es mal so zu sagen. Aber der Aufreger kam natürlich dann zum Schluss. Da gab es dann ein bisschen Verwirrung. Ach, bevor ich darüber spreche. Quatsch. Lass erst mal über was anderes reden. Denn erstens, Otis hatte neue Musik. Ist dir das aufgefallen? Ja. Wo auch am Anfang wieder gelabert wird, ne? Also, ganz kurz, wenn dir das aufgefallen ist. Irgendwie Blue-Color-Working-Man. Und dann geht's irgendwie sowas, glaube ich, gesagt. Dann geht er los. Ganz komisch auch, John Morrison rasiert. Sieht ein bisschen aus wie der Sigla mit dunklen Haaren. Das ist grauenvoll, oder? Also, es passt halt wirklich gar nicht. Ja, Otis kam mit seinem guten Freund Dake raus. Der Bastard. Hallo? Benimm dich. Ja, also, es ist wirklich ... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist der größte Turn eigentlich seit Shawn Michaels, wenn ich ehrlich bin, oder? Mindestens. Der größte Verrat der Wrestling-Geschichte. Biggest Backstabbing-Moments WWE auf eins. Dake. Ja, also, das Match, das war irgendwie unspektakulär. Ja, was ich wirklich witzig fand, war eine Sache, die außerhalb des Matches stattgefunden hat. Und zwar beim Commentary. Wo ja Curry Graves immer sagt, oh, hier, das sind die World Famous It-Kicks, bla, bla, bla. Und Michael Coyle immer sagt, oh ja, The Mist, der ist ja so kacke. Und der klaut ja nur alles. Und der ist so feige. Von der Curry Graves meinte so, warte mal, du warst doch vor Jahren auch mal so ein riesiger The Mist-Fan. Und das einfach so ... Wurde gar nicht mehr darauf eingegangen. Aber fand ich mega witzig. Weil wir alle erinnern uns auch an die grandiose Fede dann zwischen Michael Cole und Jerry Lawler. Ja. Mit dem Kiss-My-Feed-Match. Auch überragend. Klassiker. Das ist auch mal was für das Match of the Week. Unbedingt. Aber das Match an sich, relativ langweilig. Und Joe Morrison wurde dann noch irgendwann des Rings verwiesen. Genau. Was auch ein bisschen schade ist. Eingegriffen, das wollten wir vielleicht noch erwähnen, dass der auch immer wieder eingegriffen hat und hier und da einen Schlag gesetzt hat. Genau. Ich wollte gerade sagen, weil er wurde es rings verwiesen, weil dann der Moment, in der es dann eben zu viel war ... Warte, ich weiß das gerade gar nicht mehr. War es das, wo er Mist aus dem Caterpillar weggezogen hat oder war es das, wo er mit dem Koffer zuhauen wollte? Es war erst mal ... Sowohl als auch. Also erst mal hat er ihn ja rausgezogen und dann im Nachgang war es ja dann so, wo er ihn dann mit dem Money in the Bank Briefcase schlagen wollte. Ist auch schade, dass dann auch die Refs nicht mehr ihre großen Momente haben, wenn dann ihre Finger so wirbeln können und sagen können, du bist raus und die ganze Halle explodiert. Auch schade. Das stimmt. Ja, aber dann war John Morrison raus und man hat gedacht, jetzt hat Otis hier endlich die Überhand und dann kam was ganz anderes. The Miz kickt hier Otis in die Seile und ja, Otis fällt quasi in die Seile hinein und Tucker hat in dem Moment, hat sich vorher das Money in the Bank Briefcase hier geschnappt und schlägt damit zu. Otis kriegt den Schlag hier voll ab, den Koffer und ein The Miz kann hier eben den Pinfall bis drei sichern und ein Tucker guckt böse drein und The Miz freut sich und hat zum zweiten Mal in seiner Karriere den Money in the Bank Koffer. So, wie geht's weiter? Und zum zweiten Mal wurde auch, glaube ich, erst Money in the Bank Koffer verloren, ne? Ich glaube, ja. Was ja auch dann gesagt wird. Ich glaube, Kennedy und jetzt Otis eben. Genau. Oder? Was war mit Rob Van Damme auch, oder? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ne, Rob Van Damme ist beim zweiten Mal, ne? Ne, der hat eingecasht. Ne, stimmt, ist egal, ja. Ja, würde ich sagen. Ich glaube, es ist richtig, wenn nicht, wird's gefaktcheckt von Olaf. Genau. Ja, dann, ich muss aber wirklich sagen, als dann, also ich war schon wirklich geschockt jetzt, also das ist ja nicht so dieses Gespiel, sondern ich war schon überrascht, dass dann Tucker geturnt ist, so in dem Moment. Jetzt nicht, wo ich sage, so, oh, krasser E-Turn, sondern ich war so, okay, habe ich nicht mit gerechnet, hat mich überrascht. Ist ja erst mal was Gutes. Und das Krasse war auch, so, wir haben ja überlegt, so, ja, für wen wäre es besser? Macht Sinn, dass Otis den Koffer verliert? Und häufig ist dann ja so, dass dann die Entscheidung in der Sekunde fällt, weil du dann merkst, wie reagiere ich gerade darauf? Und als dann Otis gepinnt wurde, habe ich mir, war meine erste Reaktion, ja, dem ist es ein guter Kofferträger. Also, dem ist es ein guter Mr. Money in the Bank. Und es war nicht eben die erste Reaktion, wo ich mir gedacht habe, ach Mann, das ist aber schade für Otis. Das habe ich mir zwar danach gedacht, und das denke ich immer noch, weil ich glaube halt schon, dass man da vielleicht, dass da irgendwas mal geplant war, definitiv, ne? Also vielleicht auch noch gesagt, ja, ich habe keine Ahnung. Also vielleicht kam einfach so das Ding, dass dann Romans zurückkam oder sowas, war da vielleicht doch irgendwie eine Überraschung, dass es so schnell ging. Ich weiß es nicht. Weil ich wollte gerade noch sagen, vielleicht hätte man gedacht, irgendwie mit Fans, das geht dann doch schneller, dass sie wieder zurückkommen. Und dann können wir es ein bisschen länger aussetzen, so bis, weiß ich nicht, Januar, Februar, März. Und dann sind Fans wieder da und dann freuen die sich über Autos mit dem Koffer. Und jetzt merkt man eben, okay, ist doch nicht so. Der Koffer muss irgendwie einen würdigen Träger haben. Was er mit The Miss definitiv hat, finde ich gut, weil du das dann direkt gemerkt hast, dann gab es ja auch die Backstage-Promo. Und The Miss hat direkt, der hat dann für mich so eine Star-Power ausgespielt. Das war zwar immer noch ein bisschen Haha-Funny mit Morrison oder sowas, ne? Und gerade auch, als dann Tucker rauskam, das war ja auch irgendwie noch witzig, aber wie dann The Miss geredet hat und auch so die Champions on notice gepackt hat, wie er gesagt hat, habe ich mir gedacht, ja, kaufe ich ihm ab. Also ich kann auch damit leben, dass Autos die Koffer hier los ist, weil es ist bis jetzt nichts damit passiert. Man hat anscheinend keine Pläne, keine Ideen gehabt. Vielleicht liegt es auch daran, dass er eben eigentlich der gewesen ist, der durch diese Reaktionen quasi davon profitiert hätte. Ja, ich bin jetzt nur mal gespannt, ob das wieder nur so ein, ich sag mal, so ein Heal-Turn gewesen ist, einfach damit er da gewesen ist. Ich meine, das Team ist ja eh schon gesplittet gewesen. Das ist ja kein klassischer, Bruch irgendwie eines Tag-Teams gewesen, weil die waren ja eh schon bei Raw und SmackDown aufgeteilt, oder? Aber das verstehe ich jetzt halt nicht, weil im Normalfall muss jetzt ja die obligatorische Fähne kommen. Ja. Mit ich gegen dich, weil du bist jetzt der Böse und der Böse sagt dann wieder, ich hab das nicht mehr mal getragen, ich war das und alle fanden mich gar nicht toll, sondern immer den anderen. Ähm, also ist jetzt ja das logische Programm, aber die sind eben nicht bei der gleichen Show. Aber vergiss El Gran Gordo nicht. Ey, wirklich, das ist einfach nur Scheiß. Also, ja. Also wirklich, also. Ich sag's nur. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, aber bei solchen Sachen muss ich immer, also bei solchen dummen Tech-Team-Splits muss ich immer an den Split von Crime Time denken. Wo dann auch so eine Fede zwischen Shad und JSDG hattest, auch mit so einem Strap-Match, glaube ich sogar. Und es war einfach jedem egal. Ja. Und es ist halt hier genauso so, ja, dann ist Tucker jetzt halt hier. So, wir werden den höchstwahrscheinlich, jetzt vielleicht lege ich auch falsch in der Schippermania Main Event, wir werden sehen, ähm, wir werden ihn höchstwahrscheinlich ab ein, zwei Monaten gar nicht mehr sehen. Wenn's jetzt keine Fehler mit Autos gibt. Und wenn nicht, dann werden wir ihn danach nicht mehr sehen. Ja. Also ich seh jetzt auch keinen Main Event Player in Tucker, aber ich glaube, dass es tatsächlich, ähm, dass du mehr Möglichkeiten mit einem Tucker als Einzelwrestler hast, wenn du ihn jetzt hier geturnt hast, damit er eben nicht wie die eine Hälfte von Heavy Machinery ist, die nicht Autos ist. Ja, aber es ist halt auch dumm, noch ein Tag Team zu splitten, ne? Ja, aber die waren doch eh schon gesplittet. Aber ja, klar, also die Tag Team Division, haben wir schon tausendfach drüber geredet, ist ja quasi eh nicht existent. Und dann schmeißt man halt einfach wild Leute zusammen mit den Tag Teams, äh, wie, ich sag nur, Kevin Owens jetzt zu Daniel Bryan geht und sagt, hey, ich war noch nie Tag Team Champion, wollen wir nicht Tag Team sein? So. Hä? Klar, also Tag Team mäßig, äh, ist bei WWE nichts gebacken. Jetzt hier, äh, hat man die beiden eben dann getrennt, sie waren vorher schon getrennt. Ich bleib dabei, auch wenn das natürlich irgendwie auf dem Papier so sich anhört, wie, ja, wir haben jetzt noch einen Stoß in Richtung Tag Team Division. Ich glaube, dem Tucker tut's ganz gut, dass man zumindest diese Heavy Machinery-Geschichte so ein bisschen jetzt von ihm abgewendet hat. Also wenn man die beiden schon auseinandernehmen möchte, dann doch so, dass man den Tucker dann frei macht. Das definitiv. Aber guck dir doch mal die Star Power allein bei einem Raw an. Jetzt erzähl mir doch mal, dass da irgendwie Platz für einen Tucker ist. Du hast da jetzt einen AJ, du hast da einen Matt Riddle, du hast da einen Braun Strowman, du hast da einen Keith Lee. Also du hast da noch das Hurt-Business. Also, da ist, da ist doch kein Platz für einen Tucker. Vielleicht wird ja jetzt der Roadie von Miss Morrison oder so. Ich meine, AJ hat auch einen großen Bodyguard und hat Miss jetzt vielleicht auch einen mittelgroßen Bodyguard. Wo er dann sagt so, ja, ich stand immer nur im Shuttle von Autos. Deswegen hab ich jetzt mega Bock, mich in den Shuttle von The Miss zu stellen, Leute, oder? Der ist auf jeden Fall kleiner, der Schatten. Weißt du, weil der Miss auch kleiner ist. Finde ich nicht okay, dass du dicken Witze machst. Kann ich nicht immer lachen. Ja, also, klar, Tag-Team-mäßig, dass man jetzt noch ein weiteres Tag-Team gesplittet hat. Müssen wir nicht drüber reden, ist geschenkt. Ich bin jetzt gespannt, wo man mit Autos hingeht, nachdem er jetzt quasi alles verloren hat. Also er ist jetzt ganz gar am Boden und ab da kann es ja eigentlich nur noch bergauf gehen, weil sein bester Kumpel ist weg, seine Freundin ist weg, der Koffer ist weg, die Lunchbox ist weg und das Brot, was da drin ist, wahrscheinlich auch. Also, bittere Zeiten für unseren Liebling, Kai. Für den besten Wrestler der Welt. Mindestens. So, kommen wir zum nächsten Match, aber wrestlerisch war das halt auch nicht so viel, was wir mal gesehen haben. Deutlich besser war das nächste Match, was wir gesehen haben. Das war das Hell in a Cell um die WWE Smackdown Women's Championship. Die Golden Role Models explodieren im Hell in a Cell Käfig. Sasha Banks und Champion Bayley treffen die aufeinander. Auch hier ein Match, was knapp an der halben Stunde Grenze knackt und kratzt. Die beiden standen sich ja schon diverse Male gegenüber und ist auch richtig korrigiert worden von einem unserer Hörer. Sasha Banks stand schon zweimal im Hell in a Cell, nämlich einmal gegen Charlotte und einmal gegen Becky Lynch. Das ist natürlich ganz richtig. Und dieses Match, da habe ich mir auch sehr, sehr viel von versprochen und ich muss sagen, das hat es auch gehalten. Wie fandest du die Geschichte, die hier eben erzählt worden ist? Weil wir haben ja gleich zu Beginn auch eine eine Becky gesehen, äh, eine Becky, mein Gott, was habe ich noch mit den Namen? Eine Sasha gesehen natürlich, die da auch wirklich sofort drauf losgegangen ist und vor allem auch dafür gesorgt hat, dass eine Bayley hier gleich ihren Stuhl verloren hat, was ich übrigens total albern fand, weil wir wissen alle, wie viele Stühle unter dem Ring liegen. Das habe ich mir auch gedacht. So, ja, vielleicht gibt der irgendwie, weiß ich, so plus zehn Gesundheit oder sowas, keine Ahnung, kann ja sein. Mochte ich aber, dass du direkt gemerkt hast, also, du hast ja so, ja, das ist jetzt kein normales Wrestling-Match, sondern, ja, da ist gerade auch eine Fede im Käfig. Und da muss man dann nicht sagen, ach, ich warte jetzt schön, bis die Glocke läutet, sondern, ich versuche jetzt alles und hole mir jetzt noch den Vorteil raus, indem ich dich angreife, den Stuhl verlierst. Auch generell schöner Farbkontrast mit Bayley trägt schwarz, Sascha trägt weiß, mochte ich auch. So, gut gegen böse, das war auch nochmal irgendwie schön zu sehen. Und auch eine Sascha Banks, die dann direkt Vollgas gibt, das fand ich ganz gut, wo du dann direkt gesehen hast, okay, so jetzt, das ist hier eben kein Dieven-Wrestling oder sowas, sondern, das hier ist eine Schlacht, das ist ein Hell in the Cell-Match, das mochte ich. Und, um jetzt mal so ein, noch was Allgemeines zu sagen, ich glaube, das, was du dir so gewünscht hast, dass eine Sascha Banks nicht wieder so extrem zählt und Moves nimmt, hat sie sich, glaube ich, nicht zu Herzen genommen. Nee, nicht wirklich. wenn ich da wieder gedacht habe, auch wie sie zum Beispiel bei dieser Sunset-Flip-Powerbomb in den Stuhl gesprungen ist und sowas, die hat wieder gesagt, ich verkaufe heute alles. Ja, aber beide auch. Also, ich fand auch teils die Meteoranese, die Sascha Banks hier gesprungen ist. Die waren krass, jo. Also, das war ja schon relativ früh auch im Match, wo wir das gesehen haben. Das war schon, das war schon richtig, richtig gut. Und generell, die beiden haben eine tolle Chemie zusammen. Die haben sich hier nichts geschenkt. Da gab's auch dann die Kendo-Stick-Action, die wir gesehen haben. Also, da war, da war sehr vieles drin, was wirklich richtig, richtig Spaß gemacht hat. Und die Meteoranese, die wir hier diverse Male gesehen haben, ja teilweise vom Apron aus, ja, in die Zelle rein irgendwie. Das fand ich alles gut. Was mir hier ein bisschen gefehlt hat, ist, dass man vielleicht noch hier und da ein bisschen stärker die Geschichte der beiden noch aufgegriffen hat. Was ich zum Beispiel schade fand, dass man die Sache mit dieser Nackenverletzung nicht viel, viel stärker aufgedröselt hat. Das hat man in der Mitte des Matches kurz gesehen, wo wir das eben gehabt haben, wo dann auch Bayley gezielt diese Körperpartie bearbeitet hat. Und dann hat man's sehr, sehr schnell wieder fallen lassen. Und das fand ich ein bisschen schade. Und einen kleinen Bruch gab's dann tatsächlich für mich. Und das war diese Sache, wo Bayley auf die Idee gekommen ist, draußen zwei Kendo-Sticks mit Klebeband zusammen zu kleben. Und so, was? Warum? Also erst mal generell, wo sie auch das Duct-Tap gar nicht erst aufbekommen hat. Ja. Da frag ich mich immer so, wird's so, also, das ist jetzt ja so ein Spot, den machst du jetzt ja nicht jeden Tag. Wird da nicht mal irgendwie so ein Diskurs ansatzweise geprobt oder so, oder so, macht das Sinn? Geht das überhaupt auch so physikalisch oder? Also das war irgendwie Quatsch, weil die, die Kendo-Stick-Spots davor, die waren ja gut, wo dann, weil hab ich auch noch nie so gesehen, wo dann eben der Kendo-Stick in der Ringtreppe und der Seite eingeklemmt wurde. Dann wurde da, glaub ich, Sascha Banks drauf gesuplexed beim ersten Mal. Und dann gab's auch noch so ein, äh, so ein Kette-Pult in etwa. Genau, ja. Wo dann so von unten dagegen, so, das war kreativ, das mochte ich. Ähm, aber das mit diesen Kendo-Sticks zusammenkleben, ja, das war irgendwie, das war doof. Das haben's auch selber gemerkt und haben's auch einfach sein lassen. Ja, aber wie du schon sagst, also das sollte man sich eigentlich überlegen, bevor man dann im Ring steht und die Kameras an sind, dass das vielleicht irgendwie nicht funktioniert. Und das sei ja auch dann hinten und vorne einfach schlecht. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen rausgebracht. Und dann, dadurch sah auch Bayley ein bisschen blöd aus, finde ich, weil dann kam sie wieder zurück in den Ring und Sascha Banks hat ja dann gleich den, äh, Feuerlöscher hier parat gehabt und hat ihr dann einmal eine, eine Salve ins Gesicht geschossen. Ne, also irgendwie, das, das passt auch gar nicht zu dem Bayley-Charakter irgendwo, ne, das fand ich ein bisschen schade. Ähm, aber ansonsten war das hier ein, ein knallhartes Match und auch die, die Kendo-Sticks, die hier dann auch später noch zum Einsatz gekommen sind, auch die Leiter, die dann zum Einsatz gekommen ist, mochte ich sehr. Also auch die, die Tatsache, dass man dann, ähm, diesen, diesen Stuhl nochmal, äh, wieder in den Ring gebracht hat, der vorher eben, äh, ja, wieder raus, raus buxiert worden ist. Das war schon nett. Was sagst du zu der Tatsache, dass man hier nicht nur die Leiter zum Einsatz gebracht hat, sondern eben auch, dass, ähm, Bayley hier Sascha mit dem X besprüht hat, damit sie auch ja weiß, wohin sie mit dem Stuhl, äh, springen soll? Ja, also, äh, war irgendwie ein netter Gag, weil ja auch das, das Stuhl, äh, also der Stuhl des X drauf hatte und dann war so, ja, hier, ich X markiert die Stelle, äh, dann mit dem X auf das X hauen, ja, war okay, ich wollte das auch so ein bisschen als Zeichen des, äh, des Disrespects, aber, ja, also, war jetzt nichts Besonderes, wenn ich ehrlich bin. Das Match hatte viele schöne kleine, also so, so kleine Dinger, die eigentlich gar nicht auffallen, die aber den Kampf so realistisch gemacht haben, zum Beispiel, bei dem ersten Ansatz, das, 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 mit dem Stuhl zu zeigen, ist ja auch eine, eine Bailey so zurückgekrabbelt und hat dann, so, Sascha Banks den Fuß weggezogen, wodurch sie dann mit dem Gesicht auf dem Stuhl geknallt ist oder irgendwann gab's eine Stelle, da stand eine Sascha Banks auf dem Apron, dann hat auch eine Bailey so den rechten Fuß, einfach den Standfuß weggetreten, so, dass eine Sascha Banks runterknallt mit dem Gesicht aufs, aufs Apron oder sowas. Davon hatte man so mehrere Momente, diese, so kleine, gezielte Tritte oder Aktionen, die den Gegner aus der Bahn geworfen haben. Da gab's so zwei, drei, vier Stück von, das hat mir sehr gut gefallen, weil's immer so ein bisschen auch noch Realismus reinbringt. Aber ich mochte halt eben die Intensität, die beide hier über die gesamte Zeit an den Tag gelegt haben. Also, da war Tempo drin, da war Härte drin, da war auch die Geschichte, war auch drin, wenn auch nicht ganz wie kontinuierlich, wie ich mir das gewünscht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt auch mal ein bisschen picky, aber die Aktionen waren allesamt gut, auch wir hatten, auch in der Mitte des Matches so ein bisschen, ja, auch so diese schnelleren Aktionen, wo sie auch wirklich versucht haben, Käfig und Ring quasi zu verwenden, um schnelle Aktionsfolgen zu zeigen, um auch, es gab eine Szene, da ist Sascha dann erst mal Bayley ausgewichtigt, in den Käfig gesprungen ist, dann ist sie wieder zurückgesprungen, dann gab's eine Hetzelser, auch das nicht 100 Prozent clean ausgeführt, aber das hatte schon was. Und ich hab das Gefühl gehabt, dass die beiden sich wirklich sehr, sehr vieles überlegt haben. Und wenn man jetzt mal von diesem einen Spot absieht, mit dem Klebeband und den beiden Candlesticks, da war sehr, sehr viel Tolles dabei. Und ich hatte da wirklich Spaß. Ein Problem hatte ich noch. Sag's mir. Und zwar, es gab diesen Moment, wo Sascha Banks, also auch, es war kurz vor, vor der Sache, die wir gerade angesprochen haben, hier mit der Leiter und sowas, ne, und mit dem X draufsprühen, da gab's den Moment, wo Sascha, glaube ich, einen Frogsplash zeigen wollte, und Bayley dann den Stuhl vor sich gepackt hat, um sich zu schützen. Ja. Das Doofe war, in dem Match, was ich mit Jackie geguckt habe, für das Match of the Week, New Day gegen die Usos, wurde genau der gleiche Spot gemacht, nur dass es eben, nur dass der Stuhl dann auf Woods gelegt wurde, so nach dem Motto, dann tut's ihm ja mehr weh. Ja. Und hier war's das gegen, und, also hier war's dann so, ne, ich ne, ich ne, ich ne, ich ne, ich ne, weil dann tut's ja Sascha Banks mehr weh. Und, ähm, eigentlich kenn ich's auch immer in der Wrestling-Logik so, dass wenn noch ein Stuhl draufgelegt wird, dann tut's immer dem mehr weh, der auf dem Boden liegt und ne Move kassiert. Ja. Und das hier so als Schutz zu verkaufen, fand ich blöd. Ja, aber Bayley hat ja auch so den Stuhl so nach oben gereckt, weißt du, so, die hat dem, dem Schwung entgegengewirkt. Ja, also, dafür war's aber zu inkonsequent dann. Ja, es hat beide dann im Endeffekt ja, äh, verletzt in Anführungsstrichen. Ähm, ja. Aber, ich mochte übrigens den, äh, Bayley, Bayley to Bayley oder den, den Bangs to Bayley, äh, auf die Leiter. Ja. Weil der sah auch sehr böse aus. Ja. Also, also der war nicht, also der war jetzt nicht irgendwie schön ausgeführt. Also hast du gesehen, der von Bayley, der ist dann auf jeden Fall besser. Aber, ich glaube, sie ist auf die Leiter schleudern. Das hat auch nochmal gezeigt, so jetzt, hier geht's um alles. Genau. Ja, das war auch eine, eine harte Aktion einfach. Und das wollte man da auch in, in diesem Punkt des Matches, wollte man dann auch diesen großen Moment haben. Weil, ähm, es war eine schöne Steigerung, finde ich, in der Intensität und der Gewalt, die wir hier im gesamten Match durch gehabt haben. Wie gesagt, wir haben die, die harten Aktionen draußen gehabt. Du hast diesen Sunset Flip in die Stuhl, äh, in den eingeklemmten Stuhl angesprochen, der auch übel ausgesehen hat. Wir haben die Meteoranies, äh, angesprochen, auch auf dem Tisch und was wir da nicht alles gesehen haben. Und, ähm, ja, dann hier zum, zum Schluss, ähm, hat das, das Match eigentlich so einen schönen Kreis, äh, genommen, wenn man es mal so sieht, weil wir haben im Frühmatch haben wir schon den Ansatz zum Bankstatement gesehen. Da konnte sich ja dann eine Bailey noch daraus befreien, indem sie ja, äh, äh, Sascha in die Finger gebissen hat dabei. Und, äh, hier war es dann eben so, dass es erst mal diesen, ja, diesen Bailey-to-Belly geben sollte, mit, äh, mithilfe des Stuhls. Ähm, und, äh, und sie dann eben, also, Bailey dann im Bankstatement, inklusive dem Stuhl, ich weiß nicht genau, wie man es ausdrücken soll, sie ist ja dann quasi in diesem Stuhl gefangen worden, wie wir es auch schon in den Segmenten zuvor gesehen haben. Ähm, und da konnte sich dann eben nicht mehr raus befreien. Und ich mag das sehr gern, dass man hier eben versucht hat, zum einen so einen Kreis zu bilden, innerhalb des Matches, aber auch innerhalb der Storyline, ähm, weil da hat ja der Stuhl ja auch eine große Bedeutung gehabt. Und Bailey tappt ja aus. Und Sascha bekommt ihre Rache für den Verrat. War für mich absolut tolles Match. Und auch hier 26, 30 ungefähr hat das Match gedauert. Wenn du da weggeschaut hast, hast du was verpasst. Ja, und ich hoffe jetzt auch einfach, dass die, äh, Sascha den Titel nicht wieder in einer von zwei Wochen verliert. Wie sonst immer der Fall war. Das stimmt. Das wäre schon ein bisschen netter. Ähm, aber das war wieder, ich fand, das war, ähm, um jetzt mal ganz hochtraben zu sprechen, das war mal wieder so ein Meilenstein fürs Frauenwrestling in der WWE, oder? Ich fand's super. Also, das kannst du aber nicht schon sagen, so, yo, hier, Frauenwrestling in der WWE, wie ihr könntet. Ja. So, das ist, da gibt's wenige Matches, die so herausstechen oder sowas, ne? So, klar, The Man-Gaming sticht da natürlich auch ganz krass raus. So, aber, ähm, es ist halt selten, dass so, jetzt unabhängig von der Storyline oder nicht, dass du so ein Frauen-Match allein auch so als, als Standalone irgendwo hinpacken könntest und sagt, guckt euch das an. Gut, oder? Und das haben die beiden hier wirklich geschafft. Also, das haben sie schon damals mit ihrem NXT-Takeover-Match geschafft. Und hier einfach wieder, find ich gut, Spaß gemacht, also, stark, mag ich. Ja. Genau das. Richtig starkes Match. Und ich glaube, es war der Anfang der Fehler, ne? Obwohl es ein Helles-Stell-Match war. Ja. Haben wir auch schon besprochen. Ja. Da wird auch noch einiges kommen, denke ich mal. Ich hoffe, wir sehen nicht kein Chairs-Match. Ich erinnere nur an den riesengroßen Stuhl von The Big Show. Ja, oder an, oder das, gab's nicht auch das, das grandiose Kendo-Stick-Match von Alexa Bliss? Ja. Ja. Gegen Bayley damals, wo, äh, wo doch Bayley da einfach nur auf die Schnauze bekommen hat und danach erst mal in ein Loch gefallen ist. Das war auch fantastisch. Das war super. Ja, ähm, auf jeden Fall ein neuer SmackDown-Damen-Champion ist Sasha Banks und ein herausragender Match, auch wenn wir hier ein bisschen gemotzt haben, hier und da. Das war richtig gut. Kommen wir zum nächsten Match. Da, ähm, ja. Man sucht sich natürlich auch den stärksten Gegner, würde ich sagen, aus. Also, wenn ich mir jemanden bei Retribution als Gegner raussuchen würde, dann nur den. Es ist Slapjack, der mit dem geilsten Namen, obwohl schon viele dumme Namen dabei sind, aber Slapjack ist ganz, ganz vorne mit dabei. Es wurde auch immer krasser. Bei jedem Mal, dass die Kommentatoren den Namen Slapjack gesagt haben, konnte ich's immer weniger ernst nehmen. Nee, also ... Und sie haben ihn oft gesagt, in diesen drei, vier Minuten. Das hat dann auch gereicht. Auf jeden Fall, es war ein Match um den US-Title zwischen Bobby Lashley und Slapjack. Slapjack hat mich allein deswegen fertig gemacht, die Art und Weise, wie der Entrance gewesen ist. Also, überall einfach nur diesen blöden Retribution-Schriftzug. Super generische Musik. Der Typ sieht für mich aus, wie aus einem schlechten Videospiel. Also, drückt bei einem Wrestling-Spiel auf Random und dann kommt das dabei raus. Und da steckt der Wrestler drin. Das ist einfach der dumme Bruder von Jason. Ja, oder so. Also, Mann. Ja, also ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und vier Minuten knapp. Bobby Lashley gewinnt hier im Hurt Lock. Wir haben da nicht viel ... Also, wir haben schon einiges an Wrestling gesehen. Slapjack durfte auch hier und da so ein paar Aktionen zeigen. Insbesondere so einer großen Centon in die Ring-Ecke. Aber Bobby Lashley ist schon sehr, sehr dominant und gewinnt das Ding dann hier eben per Aufgabe. Retribution bis jetzt noch sieglos. Dafür, dass sie hier den Umsturz wagen möchten, sind sie dafür sehr, sehr konservativ, was ihre Gewinnquote angeht, oder? Ja, aber ey, das zählt ja alles. Zahlen sind Schall und Rauch. Es geht nur darum, Chaos zu verbreiten. Aber das haben wir auch danach nämlich sehr schön gesehen. Weil du weißt, Retribution, ey, so die sind in Zahlen sind zu stark. Da hast du gemerkt, die kommen rein, gehen auf Bobby Lashley los, irgendwie zu dritt oder so was und schlagen auf ihn ein. Verlieren. Werden rausgeschmissen. Zusammengeschlagen von Bobby Lashley. Ali kommt in den Ring, fällt auf den Arsch, flüchtet. Einfach überragend. Ja. Läuft gut, die Anarchie. Ich weiß auch nicht. Also, früher war... Ich weiß wirklich nicht, ne? Also, ich weiß nicht, was das werden soll. Das ist einfach... Also, ich weiß nicht, warum. So, vielleicht spricht da so auch so diese Autos-Fan aus mir, der so ein bisschen sagt, also, irgendwie würde ich die auch so ein bisschen mögen, weil's witzig wär, wenn ich die mag. So, wenn ich die so bei Headlock großmache, so wie Autos, ne? Ich sag mal, ich hab dann auch zum Money in the Bank Träger gemacht. So, am Ende war's vielleicht blöd, aber ich hatte einen guten Willen. Und ich glaub auch, ich kann Retribution groß machen, wenn sie mich lassen. Ähm, aber so wär das nix. Ja. Ne, gar nicht. Gar nicht, das Ding ist jetzt halt eigentlich schon eine komplette Lachnummer. Das muss man ganz klar so sagen. Noch mehr Lachnummer als nach diesen Segmenten, wo man einen Ziegelstein durchs offene Fenster geworfen hat oder andere Dinge, andere dumme Dinge vor allem getan hat. Also, ich versteh's halt. Wir haben immer gesagt, wenn du eine neue Gruppierung etablieren möchtest und die haben Matches, dann müssen die auch mal gewinnen. Aber warum gewinnen die denn nicht? Das kann doch nicht sein. Also, ist ja nicht so, dass die einfach verlieren, sondern die werden abgefertigt. Ja, eben. Weißt du, und stell hier von mir aus, den Shelton Benjamin in den Ring, ähm, mit irgendeiner fadenscheinigen Begründung, lass den gegen eine T-Bar antreten oder so und T-Bar gewinnt dann. Da kann man nicht sagen, ach, guck mal, hier, ne, T-Bar ist gefährlich, hat man Shelton Benjamin besiegt. Wir haben als nächstes die Survivor Series vor der Tür stehen. Man wird das Programm bis dahin strecken, davon können wir mal ausgehen. Ähm, aber ich glaub nicht, dass man mit Retribution irgendwo größere Pläne inzwischen hat, weil man auch gemerkt hat, so, ach, das führt zu nix. Ähm, kommen wir zum Main Event des Abends. Und das ist das Hell in a Cell Match um die WWE Championship. Und da treffen Drew McIntyre, der amtierende Champion, und Randy Orton aufeinander. Und hier war's dann eben so, dass wir erst mal einen Drew McIntyre sehen, der hier zum Ring kommt und dann sofort hinterrücks von Randy Orton attackiert wird, aber die, äh, ja, diese Attacke mitbekommen hat und dann, äh, relativ schnell gekontert hat. Und was mir hier, gerade anfangs war, so ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen, hat ja auch die Intensität gefehlt? Oder, also, diese Schnelligkeit? Oder irgendwie, das hat sich alles für mich nicht so richtig wuchtig angefühlt. Wie hast du das gesehen? Deswegen hab ich's ganz am Anfang, beim ersten Match so bewusst provokant gesagt, wo ich meinte, ein Roman ist so kalkuliert langsam und da steckt was hinter und Randy Orton ist einfach nur langsam. Und da steckt einfach nur hinter, dass Randy Orton immer langsam ist. Ähm, so, das war ja, ich hab ja auch gesagt, das wird so ein Hell in the Cell Match, wo auch dann, da wird sich auch mal in den Käfig gedrückt und es wurde sich in den Käfig gedrückt, ähm, was ja dann irgendwie gut und auch brutal aussah. Aber, ähm, also, ich hab mir halt gedacht, yo, der Drew, der ist sauer. Sollte zumindest sauer sein. So, der Randy hat dann mit seiner Schweißerbrille die Legends umgeklatscht, umgetreten. Äh, so, da wurde mehrfach irgendwie Hinterrücks und so was und, und, nochmal der, der, der Kiefer, der auch nochmal aufgegriffen wurde. Und dafür, dass ja ein Drew so dieses ich bring dich jetzt um verkörpert hat, auch manchmal, war das hier wenig. Ja. Wenig Härte. Genau, das ist genau das, was ich mich hier erwartet hab. Ich hab mir hier wirklich diese, ähm, obligatorische, intensive Schlacht irgendwie, äh, erhofft. Aber irgendwie fühlte sich das alles viel zu normal an. Und es war nicht so richtig das Hell in the Sandwich, was, äh, man eigentlich hier in dieser Fede irgendwie aufgebaut hat. Am Anfang der Brawl, einmal rund im Käfig, dann ging's irgendwie rein. Und Drew McIntyre ist, ähm, recht dominant. Kommt auch genau das, was du schon gesagt hast. Da geht's ein bisschen hin und her. Es geht auch mal in den Ringpfosten. Es geht mal in den Käfig irgendwo, ähm. Ähm, das war schon okay. Es gab auch die, die Ringtreppe ist zum Einsatz gekommen. Und dann der erste... Ja, auch irgendwie mit guten Aktionen. So, weil, also klar, mit dem Stuhl wird auf den Kiefer gedrückt. Hatten wir ja auch schon mal. Aber dann, dann gab's auch diesen, äh, der war ja auch irgendwie brutal aus, da dieser Tritt, äh, wo dann, äh, Drews Kopf auf der Treppe lag. Und Randy Orton tritt drauf. Und auch denkst du, yo, krass. Dann geht noch mal einer irgendwie durch den Tisch. Also, ich glaub, ich glaub, es war Randy, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, da wird dann noch mal jemand in die Zellenwand mehrfach geworfen. Also, nicht nur auch gedrückt. Äh, so, es gab auch einen sehr schönen Aussehen. Den Backbreaker, den ich ja auch immer sehr gerne mag. Ähm. Und auch, halt, Schläge mit, mit Stühlen und hier und da. Aber das war alles so... Ja. Also, es war so egal. Ja, und dem Match ist hier wirklich zum Nachteil gereicht worden, dass wir vorher schon zwei Hell in a Cell Matches hatten, die auf der einen Seite vom Storytelling her deutlich besser gewesen sind, nämlich Roman gegen Jay. Und andererseits auch wrestlerisch deutlich besser gewesen sind. Und das war vor allem, äh, Sascha gegen Bayley. Und auch kreativer. Ja, und genau, kreativer und schneller und intensiver. Ähm, man hat hier immer wieder so Ansätze gehabt. Ich mochte zum Beispiel die Aktion, als, als einen, äh, Drew McIntyre hier zum ersten Mal zum Claymore-Kick angesetzt hat und ein Randy Orton ihm erst mal eins mit dem Stuhl vor das Schienbein schlägt. Mochte ich. Da sag ich dich dummer aus. Ich mochte das. Ich fand das auch total logisch. Nee, ist halt nicht logisch, weil du denkst, du hebst doch immer ab bei einer Claymore. Warum jetzt nicht? Ja. Also, weißt du, Claymore ist halt, Claymore ist wie so ein, wie so ein Spear oder sowas. Wenn der UFO kontert wird, sieht's eigentlich immer dumm aus. Na gut, ich fand's... Weil du weißt so, er rennt halt und, 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 springt nicht. So, warum springt? Ich hab doch X gedrückt, spring doch. Ja, Randy Orton war halt einen Schritt voraus und da ist dann Drew McIntyre noch nicht abgehoben. Naja, lassen wir's einfach mal so stehen. Also, ich fand, das war, das war zumindest eine gute Idee, aber, ähm, ansonsten hat mir hier wirklich so ein bisschen der, der Wumms gefehlt und ein bisschen die Intensität und die Härte und auch das Tempo und diese, ähm, ja, diese Notwendigkeit, die hat man mich, hat man mich hier nicht irgendwie transportiert und das hat mich wirklich gestört. Und da können auch beide noch so oft schnaufen und prusten und leiden, wie sie wollen. Irgendwas hat bei diesem Match gefehlt. Es war nicht katastrophal schlecht, aber es war halt eben längst nicht so gut, wie die beiden anderen Hell in the Cell Matches, die wir gesehen haben. Und obendrein, ähm, hat mir auch diese Endsequence nicht so wirklich gefallen. Also, es gab ja dann diesen, äh, Draping DDT von einem, äh, Randy Orton und da hat er dann den, äh, diesen, ähm, wie nennt man den, den Bolzenschneider, äh, geholt und wollte dann auf einmal rausgehen. Ähm, weil das ein lang gehegter, äh, Plan irgendwo ist. Dann braunen sie sich draußen ein bisschen und dann Randy Orton klettert dann oben auf den Käfig, wo dann auch so ein Stahlrohr liegt. Und das war übrigens der Punkt, wo ich mir gedacht hab, man sieht das blöd aus. Ähm, warum schlägt denn Randy Orton nicht auf den Körper, wenn er so ein Stahlrohr hat als erstes? Mein Problem war, Okay. Das klingt jetzt vielleicht auch elitär, ich weiß es nicht. Weil, ich hätt nicht die Eier da hoch zu klettern und hätt noch weniger die Eier da runter zu fallen. Aber, erstens, ja, ich hab's wirklich noch mal geguckt, weil diese Sequenz mit, die sind draußen, Randy Orton klettert hoch, bis zu, die sind wieder im Ring. Da passiert an sich nicht viel. Das ist zwar ein großer Spot, aber da ist nicht viel passiert. Das waren neun oder zehn fucking Minuten. Das war ein Drittel vom Match. Für einen Spot. Das war richtig langweilig. Und zwar, das Problem war erstmal, auf dem Käfig. Da war, so, wie gesagt, Kai macht besser, kann ihn nicht. Ähm, ich hätt da auch Schiss, oben drauf zu stehen, aber da war ja gar keine Intensität. Die stehen da drauf, stehen so ein bisschen voneinander entfernt. Weiß nicht, Drew McIntyre macht einmal kurz seinen inneren Bane oder sowas mit seiner Pose. So, ja, komm doch her. Ähm, dann gibt's dieses Stahlrohr. Die schlagen sich super langsam da oben. Klettern in die ... Also, du konntest ja wirklich ... Klar kannst du, das muss ja auch alles sicher sein, verstehe ich, ne? Aber dieser Spot, der war ja so ... Der stand vor zwei Tagen in der Zeitung. So vorhersehbar war der. Also, du siehst so, okay, da sind die für Randy und da sind die für Drew, die Löcher. Dann sind da zwei kleine Stufen für Randy, da zwei kleine Stufen für Drew. Und du wusstest genau, was ... Das war eins zu eins, so wie in diesem Ambrose-Rollans-Match vor fünf Jahren oder sowas. Das war genau das Gleiche. Du wusstest sofort, was passiert. Klar ist das krass, dass der da durchfällt. Aber für sowas Vorhersehbares und ich sag wie es ist, langweiliges. Das ist so ... Damit holst du jetzt auch keinen mehr hinterm Ofen hervor. Das haben wir schon 500 Mal gesehen. Shane McMahon springt da einfach so runter, weil er Bock drauf hat. Und einfach nur für dieses, wir alle wissen, was passiert, ein Drittel des Matches verschwenden. Ey, das war einfach langweilig. Ja. Wie kann denn etwas so lange dauern? Für so ein ... Vielleicht finden das Leute krass, aber für so ein scheiß Payoff. Du wusstest doch von Anfang an, als du dann gesehen hast, wie die sich da so runterhangeln, der fällt gleich da durch. Also, nee. Zu der Ehre-Rettung der ... Zehn Minuten. Zur Ehre-Rettung der beiden sage ich noch, ich mochte ganz gerne, wie man hier einen Randy Orton auch platziert hat, dass er dann irgendwann die Hand einfach weggeschlagen hat von einem Drew McIntyre. Fand ich okay. Aber es ist eben dadurch, dass die Intensität gefehlt hat, dass da auch die Action gefehlt hat. Es wirkte auch für mich so unnatürlich einfach, dieser Übergang von, wir klettern jetzt da hoch. Oh nein, die Aktion mit dem Stallrohr hat nicht funktioniert. Wir kloppen uns oben ein bisschen. Und dann krabbeln wir auf der anderen Seite wieder runter. Das wirkte eben nicht wie ein natürlicher Kampfablauf. Und das hat mich hier irgendwie massiv rausgebracht. Das ist ja komplett gestaged. Ja, eben. Und klar, wie gesagt, der Sturz da, das sah halt eben dann auch schon krass aus. Und gerade auch von so großen Männern muss man dann noch mal mehr den Hut ziehen. Aber ja, insgesamt war bei dem Kampf echt ein bisschen der Wurm drin. Also mich hat der leider überhaupt nicht abgeholt. Und da können wir ja auch jetzt diese richtigen Schlussphase gehen. Wir sehen dann einen Drew McIntyre, der aus dem Mund blutet. Also sprich interne Blutungen und so, wie sich das gehört. Wir haben dann einen kleinen Callback in Richtung SummerSlam, als dann Randy Orton den RKO ansetzt. Und Drew McIntyre kontert das dann eben mit dem Backslide, wenn sie wieder im Ring zurück sind. Es gab davor auch noch den Claymore eine Runde. Ja, da soll es nochmal einen Claymore-Kick geben. Randy Orton weicht aus und setzt dann eben den RKO an. Und dann ist es das hier. Three Count. Und Randy Orton ist 14-facher Champion. Wie fandest du hier die Schlussphase? Langweilig. Ich fand das einfach langweilig. So, ja, das war ein ganz coole Claymore und er rollt sich raus. Der Veteran, der Veteran, Randy Orton. Alles okay. Und auf einmal hebt er auch beim Claymore-Kick ab. Das passiert nämlich, wenn man dabei auch springt. Scheiße, Cassius ist ein RKO danach. Bist nie mehr Champion. Ich gönne es dem Randy, der hat einfach geil performt in den letzten Monaten. Also, da muss er einfach deinen Hut vorziehen. So, McIntyre war ein geiler Champion, finde ich auch. So, der hatte jetzt zwar irgendwie gefühlt nur eine Fäde. Also, klar, ich glaube, der hat ja noch, Fähn hat er noch irgendwie Rollins und Dolph Ziggler oder sowas. Aber generell nicht. Stimmt, ja. Also, das war ja alles so, wir Fäden für drei Wochen gegeneinander, ne? So, dieses Randy Orton, das war ja wirklich eine Fäde-Fäde. Ja, ja, eben. Also, wirklich für mich Main-Eventer, definitiv. So, der ist richtig gewachsen seit WrestleMania. Oder seit Rumble generell. Hoffe auch, dass er irgendwie den Titel nochmal zurückholt. Dann vor Fans mit richtig Gib ihm. Ich glaube halt, dass die Fäde jetzt weitergeht. Und ich glaube, dass ich da keinen Bock drauf habe. Ja, ich gehe auch davon aus, dass die Fäde weitergehen. Wird. Ich könnte mir hier auch vielleicht noch irgendwie Multiman-Match oder sonst irgendwas vorstellen. Und natürlich auch noch The Mist, den haben wir jetzt ja auch, der da so ein bisschen darauf wartet. Weil ich glaube, mit The Mist kannst du jetzt eben dann auch ein bisschen was machen, der dann hier auch hier und da mal sich zeigt einfach und sagt, ah, übrigens, ich bin derjenige, der den Koffer hat. Und ich könnte jetzt hier auch jederzeit eincashen, wenn ich das wollte. Ähm, ja. Schauen wir mal. Aber ich denke auch, dass Drew McIntyre hier auf jeden Fall sich im Main Event etabliert hat mit dieser Titelregentschaft. Ähm, der hat gezeigt, dass er es nicht nur will, sondern dass er es auch kann. Und, äh, wie du schon richtig gesagt hast, er ist extrem dran gewachsen. Randy Orton ist jetzt 14-facher Champion, ist damit auf einer Stufe mit einem Triple H. Und, äh, nur noch zwei Championships von Ric Flair und John Cena entfernt übrigens. Ob er das noch schafft, weiß ich nicht. Aber schon, äh, wie gesagt, die nächste Stufe hier erklommen für den Randy Orton, finde ich schon recht spannend. Ähm, möchtest du noch was hier zu dem, ähm, Hell-is-Hell-Match sagen? Äh, nee, also, hab ich mir mehr von versprochen, bin ich ehrlich. Ja. Da bin ich komplett bei dir. Und ich glaub auch, dass, das ... Hier die Reihenfolge der Matches vielleicht nicht ganz so ideal gewählt gewesen ist, weil auch hier war's dann bei mir so, dass ich, natürlich war ich überrascht darüber so ein bisschen, dass dann Randy Orton das Ding hier, ähm, gewonnen hat. Und dann auch dann am Ende doch so klar irgendwie mit dem, äh, RKO. Trotzdem bin ich jetzt aber nicht mit großer Begeisterung aus dem Event rausgegangen, sondern so, ja, ja, Randy Orton ist jetzt halt Champion, hat er sich verdient, kann man so machen. Aber es war eben dann tatsächlich das schwächste Hell-is-Hell-Match, was denn hier den Kampfabend beendet hat. Und damit kommen wir dann auch zu unserem Fazit hier, Kai. Bananenwertung, Fazit und überhaupt. Boah, das ist halt echt schwierig, ne? Also, weil du hattest, sag mal, 3-Stunden-Event, ne? Mit Entrances und sowas würde ich sagen, Stunde bis Stunde 30, gute Unterhaltung. Gerade die zwei Hell-is-Hell-Matches, äh, Roman J und, 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 und Sascha Bailey. Obwohl man auch sagen muss, das hat absolut, äh, wenig Sinn gemacht, dass Roman gegen Jay im Käfig war. Das war nur, weil der war da. Hättest du nicht unbedingt gebraucht, ja. Weil letztendlich so ein Käfig häufig dazu da, Leute rauszuhalten, es kamen mehr Leute rein, als bei allen anderen normalen Matches auf der Kart. Das stimmt. Das hat wenig Sinn. Aber ist egal, so, wenn er schon mal da ist, der rote Käfig, muss sich ja auch lohnen, ne? Ähm, Main-Event, wirklich fand ich katastrophal langweilig. Also, wirklich richtig, richtig schlimm. Der hat mich nix abgeholt, so. Und es war wirklich so, vorher waren es zwei Matches, die eine halbe Stunde gingen ungefähr, die ich beide gut fand. Also lag es nicht daran, dass ich unaufmerksam und faul bin. Manchmal, ja, aber in diesem Fall nicht. Ähm, Elias gegen Jeff Hardy, so, echt, Haus-Show-Match. Äh, ich sag mal so, ich geb vier von acht. Mhm. Ähm, ich überlege auch gerade, wie ich das für mich einsortieren soll. Ich fand, eigentlich decken sich unsere Meinungen hier, äh, zu dem ganzen Matchgeschehen ziemlich. Ich glaube, ich fand den Main-Event nicht ganz so schlimm wie du. Deswegen geb ich da so eine kleine, eine kleine Spur nach oben. Also, ich fand den, jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, ja, ist mein Lieblings-Match oder so, aber, ähm, ich fand ihn, ähm, unterwältigend, aber noch immer ansehbar, zumindest für einmal. Aber ich finde, dass an der Position, wo er jetzt hier gewesen ist, war er falsch. Der hätte einfach in die Midcard gepackt, wären wir alle glücklich gewesen. Er hat mal gesagt, Sascha Banks und Bailey, Opener, heißer Scheiß, direkt zum Anfang, passt. Und dann Roman gegen Jay, dann eben als Abschluss hier von der ganzen Geschichte, ähm, hätte ich besser mit leben können, irgendwie so für mich. Ähm, dann haben wir Miss gegen Otis. Match fand ich jetzt, hat mir nicht wehgetan, sagen wir es mal so. Das hat mir nicht wehgetan. Wir haben den Heel-Turn gehabt, wo ich als, ähm, Podcaster sage, schwierig, ähm, und irgendwie, wie du immer so schön sagst, von der Wand bis zur Tapete gedacht, mal gucken, was draus wird. Ähm, aber trotzdem irgendwie auch ganz interessant. Und dann, äh, haben wir eben die zwei Totalausfälle für mich. Und das war eben, äh, Jeff Hardy gegen Elias, was ich wirklich schlimm fand, was, wo ich gesagt habe, was wollt ihr damit? Und dann diese Retribution-Herd-Business-Sache, wo ich noch viel lauter sage, was wollt ihr damit? Also was, was ist das, was ihr mir da verkaufen wollt? Ähm, deswegen, ich gebe mal, ähm, etwas optimistischer, ähm, viereinhalb von, äh, acht Bananen, ähm, einfach, weil ich den Main-Event nicht, äh, ganz so dramatisch, äh, schlecht fand wie du und, äh, damit dann doch noch ein bisschen leben konnte. Aber ja, ich hab mir auch viel, viel mehr Gewalt, Brutalität und, ähm, all das irgendwie erwartet. Ansonsten aber hat er, da hat der Pay-Per-View ja durchaus, ich sag's mal, positive Reaktionen gezogen, wenn man das mal sich so anschaut. Wir haben auch bei YouTube hier eine kleine Umfrage gestartet, irgendwo, wo man sich dann, äh, eintragen konnte und da gab's immerhin, wir sind's bei, bei 110 Stimmen zum jetzigen Zeitpunkt, 5% auf sehr gut, 28% auf gut, 44% auf war okay und dann jeweils 12 beziehungsweise 11% auf geht so und schlecht. Also schon die meisten von euch da draußen fanden den, äh, Event durchaus ansehnlich. Und ich glaube, das kann man auch so nehmen, oder? Also klar, da war, war auch Grütze dabei, aber das, was gut war, war halt eben richtig gut und wir sind mal positiv und unterstreichen das. Wie siehst du das? Ja, seh ich auch so. Also das ist ja wirklich eine Sache, die WWE so in den letzten Monaten gut schafft, sodass die Sachen, die gut sind, auch wirklich gut sind. Und nicht so, wo du sagst, ja, unter Blinden ist der einäugige König, sondern, nee, das ist schon echt ordentlich. Ja. Wie ja zum Beispiel diese Roman Reigns, wie dann auch jetzt das Sascha Banks, äh, Bayley-Match. Das mochte ich. Bin mal gespannt, was sie jetzt bei, äh, Sir Sirius machen. Wie es da geht. Letztes Jahr hatten wir, was ich sehr mochte, was aber dieses Jahr wenig Sinn macht, gerade so Corona-bedingt, äh, und ein paar Haushalte mischen. Hatten wir ja dieses schöne NXT gegen SmackDown, gegen Raw. Bin mal gespannt, wie sie es jetzt hier machen. Ähm, wird sich zeigen. und auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, die mich dazu bewegen, in den nächsten Wochen einzuschalten. Allem voran natürlich, ähm, Roman und die Usos. Und, und eigentlich, äh, wenn wir ehrlich sind, die Return von, äh, Tucker. Ja. Nee, aber ich möchte auch wissen, wie es mit The Miz weitergeht. Wie gesagt, also ich glaube auch, dass der natürlich hier den, äh, Money in the Bank-Koffer besser tragen kann. Mit dem kann man mehr anfangen. Und es wäre ja auch so ein bisschen History-Repeating, ne? Also, wenn er jetzt hier gegen Randy Orton eincashen würde, auch daraus kann man eigentlich eine schöne Geschichte machen, wenn man das möchte. Und vielleicht, dann eben auch, weiß ich nicht, vielleicht doch nochmal ein Rematch. Randy Orton geht Drew McIntyre und dann zeigt sich am Ende The Miz und, äh, staubt ab. Alles mit dem. Man muss auch sagen, jetzt ist ein The Miz auch bereit, WWE-Champion zu werden, ne? Also jetzt, in den letzten Wochen, Monaten oder sowas, war viel Quatsch dabei, aber so vom Reifegrad, von dem Talent, was er gezeigt hat, ist er jetzt bereit. Weil, ähm, Nostalgie und sowas, okay, aber, das war schon echt scheiße. Ja, das ist leider so. Ja, das ist leider absolut so. Deswegen, und wir haben doch auch schon diverse Male hier im Podcast gesagt, gerade zu dieser Zeit, wo er Intercontinental Champion gewesen ist, wo er gesagt hat, Mensch, der Typ muss eigentlich in den Main Event. Und wir haben auch beim letzten Mal gesagt, wie schnell du den auch wieder in eine ernsthafte Richtung drücken kannst. Und ich glaube, das macht man jetzt. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man auch einen John Morrison so ein bisschen vielleicht von ihm löst, nicht um ein weiteres Take-Team zu splitten, sondern ich glaube, dass diese Albernheit der beiden, ich will nicht so eine, so eine Midlife-Crisis-DX haben, hier nur als Miss Morrison da irgendwo, sondern ich möchte da schon wieder diesen ernsten, diesen leidenschaftlichen Remiss haben, den wir da gesehen haben, weil dem bedeutet der Kram halt wirklich was. Und das hat er auch immer wieder gezeigt, in der Art und Weise, wie er sich präsentiert hat, auch wenn er mal geschaut, wie er über seinen Job redet und das Ganze drumherum. Das finde ich auch relativ spannend, sagen wir mal so, wie das sich weiterentwickelt. Aber ansonsten gehen wir dann ja auch schon zum Wochenende dann hier auf die aktuellen Entwicklungen ein. Da gibt's am Samstag Raw-Cross-Smackdown, sprich da besprechen Kai und ich dann noch einmal die Geschehnisse nach Hell in a Cell und den Podcast gibt's am Samstag hier bei Patreon und Steady für Unterstützung und am Sonntag dann als Wochenend-Podcast im Free-Feed am Mittag, dann ein bisschen später, als er sonst gewohnt ist. Aber ansonsten gibt's noch einiges mehr, Kai. Wir haben auch noch Ilja gegen Walter jetzt auf dem Speiseplan, sag ich mal. Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf. Weil da werden wir lege ich mich fest, definitiv eine Schlacht bekommen. Also da hab ich richtig stark Bock drauf. Leider ohne Fans natürlich. Aber ich glaub, auch in so einer leeren Halle knallen die Jobs vielleicht noch mal ein bisschen böser. Allein die Vertragsunterzeichnungen von Ilja Dragunov und Walter hier bei den letzten NXT UK, das hat schon richtig, richtig Spaß gemacht. Und das wird unser Match of the Week sein. Und wer noch ein bisschen hören möchte, wie Shaggy und ich zum Beispiel über Impact Bound for Glory sprechen und auch über G1 Climax und über AEW, der kann auch gern bei Patreons, bei Steady dann am Mittwoch beim Magazin reinschalten. Da greifen wir das alles auf. Wenn wir ein bisschen weniger über WWE diesmal reden, dafür mehr über andere Promotions und da ein bisschen abschweifen. Und ja, damit sind wir hier durch mit der Review zu WWE Hell in a Cell 2020. Und Kai, möchtest du noch was sagen? In diesem Podcast hassten wir als Fanbase ab jetzt gemeinsam Tacker. Okay. Das ist mein Begehr. Lass das einfach mal so stehen und sage wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock Der Pro Wrestling Podcast Untertitelung des ZDF für funk, 2017